Also ich melde mich jetzt noch mal aus dem Hauptbahnhof und zwar ist hier recht auffällig, dass hier überhaupt gar keine Polizei ist und dass auch die, die sonst immer am Abstieg stehen glaube ich immer hier vorne irgendwo rum, also an der Wand und die stehen jetzt auf dem Gepäckbahnsteigen, also recht weit weg. Ich glaube nicht, dass die, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die stehen normalerweise immer näher an den Ausgängen und normalerweise habe ich schon lange, lange nicht mehr erlebt, dass keine Polizei mehr im Bahnhof zu finden ist. Also ab und zu mal ein paar wenige, ganz wenige, relativ wenige für die letzte Zeit Securities, da drüben noch einer, aber sonst keine Polizei hier. Alles sehr ruhig, wobei hier Glas 3 und 4 gesperrt ist.